Grüß dich Alex. Hallo. Wir beide sind doch ganz, ganz große Star Trek Fans. Ich bin ganz großer Star Trek Fan, ja. Das ist schön. Deswegen habe ich für dich dieses Mal einen Wusstest du schon Fakt über Star Wars mitgebracht. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, okay. Wusstest du, dass in einem der ersten Drehbuchentwürfe für Krieg der Sterne, so hieß das ja damals noch in Deutschland zumindest, dass Vader eine andere Person ist als Lukes Vater? Das ist quasi dieser große Twist, der dann in das Imperium steckt zurück und Achtung Spoiler, dass Darth Vader Lukes Skywalkers Vater ist, dass das niemals am Anfang vorgesehen war. Nein. Das wusste ich nicht. Ich stecke da auch gar nicht so tief drin in der Star Wars Geschichte. Das ist ja interessant. Ja, die ursprüngliche Drehbuchautorin oder Co-Autorin, weil George Lucas hat das ja nicht alleine geschrieben, die hatte das erst halt so getrennt gehabt und dann ist die aber gestorben und George Lucas hat dann halt selber weitergeschrieben, hat das dann alles geändert. Okay, also George Lucas wollte das einfach anders haben. Ja, und so ist dann das auch so ikonisch geworden. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Änderung gewesen, hat dem Film gut getan. Also dann dem späteren Film. Ja, das glaube ich aber auch. Ja, das ist ja okay, das ist interessant. Ich glaube, das wäre auch dann, ja, verstehe ich, dass das ändern wollte, denn das wäre ja dann lang nicht so interessant, ne? Also diese zwischenmenschliche Beziehung, die da entsteht zwischen Luke und seinem Daddy, finde ich gut. Das stimmt. Und dann hatten wir ja in dem letzten Podcast mal diesen Fakt gehabt mit Interstellar und dem Maisfeld, dass die eins angebaut haben. Oh ja. Und da fand ich total cool, dass einer unserer Hörer, Little Church, hat berichtet, dass er zwei Quellen gefunden hat, dass die wohl 150.000 Euro gemacht haben und 90.000 Euro waren der Einsatz, also 60.000 Gewinn. Das ist, äh, ich glaube, ich baue jetzt Mais an hinterm Haus oder so. Gute Idee. Ich glaube, da kriege ich aber nicht so vier Hektar hin. Ich weiß ja nicht, wie groß dein Grundstück ist. Tja, das wüsstest du gern. Ja, fand ich auch super nett. Also immer her mit sowas, mit solchen Dingern, wenn wir irgendwas nicht beantworten können. Achso, natürlich, hallo erstmal an alle. Hallihallo. Immer diese Begrüßung, ne? Bevor ich es wieder vergesse halt. So, genau, wenn wir irgendwas haben im Podcast, was wir nicht wissen, was ihr wisst, dann gerne, gerne kommentieren. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, lieber Rolf, würde ich gerne noch was sagen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Darf ich? Immer gern. Danke. Bitte. Fängt schon wieder blöd an. Okay, ich wollte bloß mal sagen, wir freuen uns sehr und wir sehen es. Gerade auf YouTube haben wir mittlerweile wirklich eine schöne Zuhörerschaft. Das freut uns sehr. Eine kleine Bitte an euch. Wenn es für euch möglich ist, schaut auch mal bei den Podcastdiensten vorbei und hört da auch mal rein. Weil so für die, wie sagt man so schön, für die Reichweite, für die Verbreitung, wir wollen uns ja breit machen ein bisschen in dem Kosmos, wäre es natürlich schön, wenn wir auch irgendwo bei den Podcastdiensten mal irgendwo auftauchen. Weil da gefunden zu werden, ist echt schwer. Das ist wirklich richtig schwierig. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber Podcasts hört oder wenn man so sich auf die Suche begibt nach einem neuen Podcast. Da werden halt die ganzen Formate von den Prominenten vorgeschlagen. Aber halt so kleine Podcasts, also auf YouTube hast du das ja, dass dir kleine Sachen vorgeschlagen werden. Genau, das ist ein Riesenunterschied. Ja, gigantisch. Ja, sehe ich nämlich auch so. Ja und danke auch an Oldschool Metal. Ich finde das immer cool, wie er schreibt, dass wir ihn dann quasi auf seiner Heimfahrt von der Arbeit begleiten und unterhalten, dass die Heimfahrt sich etwas kürzer anfühlt. Solche Kommentare gehen natürlich auch immer runter wie Öl, das ist toll. Genau, vielleicht bist du jetzt gerade auch wieder just in the moment auf der Heimfahrt und ja, fahr vorsichtig und komm heil an. Ja genau und immer schön anschnallen, nicht so wie in Star Trek, denn die haben Trägheitsdämpfer. Das hat uns auch einer geschrieben, dass die ja nicht angeschnallt sein müssen, denn es gibt ja die Trägheitsdämpfer. Das ist schon wahr, aber die Trägheitsdämpfer, die versagen halt, sobald es mal hier so ein bisschen in Kämpfe und sowas geht, wenn man nicht gerade auf Warp ist oder auf Impuls. Das ist glaube ich, wenn man so häufig gesagte Sätze im Star Trek Universum sammeln würde, da würde ganz oft vorkommen, Trägheitsdämpfer ausgefallen. Ringförmiger Eindämmungsstrahl. Das kommt super oft vor. Okay, da muss ich mal drauf achten. Da könnte man so wahrscheinlich auch Trinkspiele entwickeln. Ja, wenn man betrunken werden will auf jeden Fall. Ja, ich meine natürlich Orangensaft. Oder Milch. Ja, genau. Okay. Mit was starten wir denn heute durch? Was haben wir denn heute auf dem Programm? Also, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne, denn das letzte Mal haben wir ein bisschen so die nischigeren Filme besprochen, wo du dann quasi uns gestanden hast, dass du mehr auf den Mainstream stehst und da dachte ich, vielleicht reden wir heute gleich mal über Mainstream-Sci-Fi-Filme. Das finde ich gut. Da gibt es ja jede Menge von. Wir können natürlich nicht alle behandeln, alle durchnehmen. Aber apropos Mainstream. Ich würde gerne nochmal loswerden. Ich habe Fallout zu Ende geschaut. Oh, bitte nicht spoilern. Ich bin immer noch nicht weiter. Aber ja, erzähl mal. Nein. Also, ich finde, sie bleibt gut bis zum Schluss. Ich kann jetzt natürlich nicht viel sagen. Ich will ja auch nicht spoilern. Also, wahrscheinlich einige da draußen haben das auch noch nicht fertig geguckt. Aber es lohnt sich. Also, ich finde, das war auf jeden Fall auch eine super Sci-Fi-Serie. Aber nicht nur das. Es ist vor allem echt eine fantastische Videospieler-Adaption, wo man immer so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Wir haben ja das letzte Mal auch schon festgestellt, dass man da immer so ein bisschen vorsichtig ist. Und ich habe mir Fallout 4 runtergeladen und angefangen zu spielen. Ah, cool. So. Das ist sehr gut. Ich habe Fallout 4 tatsächlich nie normal gespielt, sondern ich habe das immer nur in Virtual Reality gespielt, weil das unglaublich geil ist. Wow. Also, durch Boston zu laufen, das ist unvergleichlich. Hast du die denn an den Rechner angeschlossen? Ja, genau. Ich habe so eine Samsung Odyssey Plus. Also, auch eine der letzten oder vorletzten Generationen. Also, doch schon jetzt mittlerweile ein bisschen alt. Aber macht immer noch Spaß. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mir, ob ich irgendwann mal aufrüste. Aber ich glaube, dann müsste ich auch meinen Rechner aufrüsten. Das wird alles ein sehr teures Unterfangen. Ja, gut. Ja, mal gucken. Ja, ich habe noch eine Quest 2 noch. Die kann man an den Rechner anschauen. Ich spiele es erst mal so. Aber das wollte ich noch loswerden, auf jeden Fall. Ja, das ist schön. Also, ich habe mich letztens hier mit den Movie-Amps unterhalten und noch mit Krups & Klotz, mit diesen beiden YouTube-Kollegen. Und die waren leider dann gar nicht mehr hinten raus so begeistert. Also, Korpi hat mir gesagt, ja, soweit wie du jetzt geguckt hast, ist es noch gut. Danach wird es schlechter. Und die Movie-Amps meinten auch, also, es ist eigentlich eine gute Serie, hat aber ihre Schwächen. Ja, welche Serie hat das nicht? Rest wird Staffel 1. Ja, okay. Ja, okay. Huh. Ja, okay. Touché. Ja, gut. Das ist aber kein Maßstab. Die ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Okay, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, ich habe es ja fast schon wieder vergessen, dass es diese Serie gibt, weil die anderen Staffeln einfach nicht gut sind. Nee, die waren furchtbar. Ich habe bei der zweiten schon wieder aufgehört. Aber diese erste Staffel, und reden wir mal ganz kurz, ohne zu spoilern, die letzten drei Folgen. Diese zwei Plot-Twists, diese zwei unglaublich guten Plot-Twists. Ja. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Wie kann es so eine Serie geben? Ich war bei Westworld Staffel 1. Zum Schluss war ich geflasht wie noch nie. Das ist der beste Plot, den es für mich gab in der Serie. Das stimmt. Also, ich hatte eine richtige Gänsehaut gehabt. Also, einmal, als dieser Satz kommt, das sieht für mich nach gar nichts aus. Ja. Und Insider werden wissen, was ich meine. Ja. Und dann der finale Twist. Ja. Wow. Also, das hat mich umgehauen. Ja. Also, sowas hat man selten. Und das ist, glaube ich, also, das ist ja der gleiche Drehbuchauto. Der ja auch jetzt in Fallout mitgeschrieben hat. Also, der Bruder von Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Achso, der hat in Westworld auch geschrieben. Mhm. Der hat Staffel 1 gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa Joy. Und die hat auch jetzt in Fallout mitgewirkt. Deswegen war ich auch so gehypt. Die beiden als Team sind einfach spitze. Ja. Also, wer Westworld Staffel 1 noch nicht gesehen hat, ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Das ist Fakt. Ja. Müsst ihr nachholen. Die anderen Staffeln könnt ihr zur Seite legen. Werdet ihr nicht glücklich mit. Vor allem nicht nach der ersten Staffel. Mhm. Aber diesen muss. Und, ähm, ja, um abschließend einfach nochmal zu sagen, also, ich fand Fallout jetzt durchweg gut. Also, meine Freundin und ich, wir haben es zusammen, wir haben uns das zusammen angesehen und wir fanden es toll. Und, ja. Ja, das ist schön. Also, ich habe meiner Freundin auch die erste Folge jetzt zumindest mal gezeigt und sie hat jetzt schon ein paar Mal gefragt, wann wir denn weitergucken. Aber ich würde dann halt, weil ich kenne mich, wenn ich dann eine Folge gucke, ich bin dann bestimmt noch eine zweite und eine dritte und da brauchst du Zeit. Und ich hatte ja jetzt einen Kinomarathon. Ich habe sage und schreibe zwölf Filme am Wochenende gesehen. Ach du Heilige. Ja. Ich war auf einem Filmfestival. Also, da ist das normal. Achso. Du warst auf einem Filmfestival. War ich noch nie. Das ist ja auch interessant. War auch mein erstes Mal. Also, ich war noch nie zuvor auf einem Filmfestival und ich glaube, ich werde das jetzt öfter machen, denn das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte immer so die Angst gehabt, naja, die Filme sind ja alle in Landessprache, also nicht deutsch synchronisiert. Ja. Aber die waren so nett, bei jedem Film sowohl deutsch- als auch englischsprachige Untertitel beizufügen. Ah, das ist nett. Okay, gut. Ja. Ja, ich würde ja sagen, ich würde mit dir mitgehen, aber das ist halt ein bisschen weit weg. Ja. Es sei denn, es ist mal eins irgendwie in der Mitte. Ja, die Hoffnung könnte man vielleicht haben, aber was ist denn schon in der Mitte? Da ist nie was. Da passiert nichts. Oder? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht so ganz kleine Sachen, die kein Mensch kennt. Ja, das ist doch so auch Erfurt. Und in Erfurt passiert doch nichts. Und jetzt könnt ihr Zuhörer euch genau ausrechnen, wo wir jeweils wohnen. Ja, genau. Zumindest Pi mal Daumen. Okay, möchtest du mit einem geilen, großartigen Blockbuster anfangen, wo du unbedingt jetzt was dazu erzählen möchtest? Oder welchen Film du jetzt unbedingt absolut toll findest? Ja. Ich hätte mir einen anderen Einstieg überlegt, aber das ist auch gut. Ich hätte dich nämlich total gern mal gefragt, was dich denn fasziniert an Mainstream? Also warum du dich so dafür begeistern kannst? Ja, dann fangen wir doch so an. Das ist auch okay. Dann leg mal los. Was fasziniert mich an Mainstream? Ich bin, glaube ich, jemand, der sich auch relativ einfach, simpel mitreißen lässt. Also Mainstream bedeutet ja auch, du bekommst viel Werbung dazu, du siehst Trailer im Fernsehen, damals, heute auf YouTube und ja, du bist auf verschiedenen Kanälen unterwegs und du wirst dann eben mit diesen Filmen konfrontiert und die sind halt wahrnehmbar. Und dann ist es halt ganz oft so, dann ist man halt interessiert und schaut es sich an. Und ich glaube, ich war immer oder ich bin tendenziell ein bisschen zu faul, um mir so Nischenfilme rauszusuchen oder habe da auch vielleicht auf YouTube zum Beispiel nicht die richtigen Kanäle, um die zu finden. Ich glaube, das ist einfach so eine Bequemlichkeit, warum ich deutlich mehr Mainstream-Sci-Fi-Filme oder Filme im Allgemeinen auch kenne als irgendwelche Perlen. Das ist, glaube ich, ganz simpel. Verstehe. Na gut, dann ist ja der Podcast, denke ich, eine ganz gute Bereicherung, weil ab und zu, ich bin ja so ein bisschen der Nischen-Film-Gucker. Ja, das ist auch super. Und ab und zu lasse ich ja mal was, also droppe ich ja mal was. Gerade sowas wie Predestination, das ist wirklich ein krasser Tipp. Ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn du mir einfach nochmal eine Liste zusammenstellst oder so. Ja, wir sagen das immer, schreiben wir das auf und ich habe dir das bisher noch nie aufgeschrieben hinterher. Ja, genau. Welche Folge haben wir? Die fünfte? Die Zeit vergeht so schnell, wir verlieren das völlig. Das war die sechste. Genau, heute ist die sechste Folge, oh Gott. Ja, guck mal. Sechs Folgen, du hast mir noch nichts aufgeschrieben. Ja, das ist... Mann, Mann, Mann. Ja, ich mache es ganz bestimmt heute. Also heute vergesse ich es nicht. Sonst immer, aber heute nicht. Okay, dann frage ich jetzt nochmal. Hast du einen tollen Film? Ja, und zwar, wenn, glaube ich, einer den Begriff Sci-Fi, Blockbuster, Action, Popcorn-Film, den jeder kennt und eigentlich sogar auch jeder gesehen hat, ich sogar zweimal im Kino und das muss was heißen für so einen Film, verdient, dann ist es wahrscheinlich Avatar, Aufbruch nach Pandora und auch der Nachfolger. Ja, steigst gleich mit etwas Neuem ein. Ist interessant. Ich glaube, Avatar ist auch so ein Film, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen davon. Da war halt der 3D-Hype wieder da. Ich glaube, deshalb hat dieser Film auch nochmal so gut funktioniert. Ich fange jetzt halt mal so rum an. Also das ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben. Das war halt ein wunderbarer 3D-Film fürs Kino. Ja, das war auch tatsächlich der Grund, warum ich mir den mehrmals im Kino angeguckt habe, denn ich war ja, habe ich dir ja schon mal gesagt, riesen Fan von 3D und der hat 3D halt wirklich auf ein neues Level gehoben. Absolut. Das war unfassbar gut, so gut. Also ich konnte dem Film damals schon nicht so sehr viel abgewinnen. Also gerade so die Story, so Pocahontas quasi in Neu, das ist jetzt nichts so Besonderes, aber die Effekte waren einfach grandios. Und das reicht dann manchmal schon bei so einem Film. Ja, bei dem hat es gut funktioniert, weil alles auch so neu und so spannend aussah. Allein die Navi, alleine ja schon. Ja, es ist auch amerikanische Geschichte im Weltraum, aber wie du schon sagst, die Effekte waren toll. Und auch die Welt, die da erschaffen wurde, die war halt einfach wunderschön. Es war einfach auch so verzaubernd, wie so ein Disney-Film für Erwachsene. Wobei ich glaube, es gucken ganz viele erwachsene Disney-Filme. Entschuldigung da draußen. Ja, zumindest haben ganz viele Erwachsene Disney-Filme geguckt. Mittlerweile ist Disney, beziehungsweise Disney, wie sie eigentlich heißt, ein bisschen in die Predulie geraten, weil sämtliche Arten ihrer Filme funktionieren nicht mehr. Die Star Wars-Filme funktionieren nicht mehr, spielen immer weniger Geld ein. Die Marvel-Filme funktionieren nicht mehr. Die Eigenkreation, sowas wie Elemente, funktioniert nicht mehr. Und erst recht nicht funktionieren diese Real-Zeichentrick-Filme, also diese Zeichentrick-Filme, die dann als Real-Filme nochmal selbst adaptiert werden. Sowas wie Ariel oder König der Löwen. Ja, die haben da gerade echt ein bisschen Probleme. Aber Avatar war toll. Es war einfach ein schöner Film. Und wie fandest du den zweiten Teil? Findest du es eine gelungene Fortsetzung? Also ich finde den Film gelungen insgesamt. Ich glaube, er war mir auch so ein Tick zu lang. Also von mir aus hätte er wirklich eine halbe Stunde kürzer sein können vom Gefühl her. Also ich saß dann halt irgendwann drin und hab gedacht, ja, jetzt ist es mal okay. Also manche Szenen werden halt wirklich in die Länge gezogen. Er war aber auch wieder wunderschön. Diese ganze Unterwasserwelt-Geschichte war auch wieder traumhaft. Also da hab ich gar nichts dran auszusetzen. Aber dieser Zauber vom ersten Teil, der hat halt doch irgendwie gefehlt. Es war halt nicht mehr so ganz neu. Man kannte das ja irgendwie jetzt schon. Und da fehlte so ein bisschen die Verzauberung vom ersten Teil. Ich bleib mal bei dem Wort. Wie fandest du ihn denn? Also ich glaube, dass das sich durchzieht durch fast alle Filme, die wir heute nennen werden und die wir überhaupt nennen können, bis auf zwei Ausnahmen. Es gibt zwei Ausnahmen in der Filmgeschichte, wo ein Blockbuster-Hollywood-Sci-Fi-Film, wo der zweite Teil mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser ist als der erste. Ansonsten hast du eigentlich immer das Phänomen, dass das quasi das Ding ist durch. Das funktioniert nur einmal. Das ist so ein One-Trick-Pony. Du kannst halt diesen Trick mit dieser tollen, schönen Welt, mit den Navi und so. Und so weiter. Den kannst du halt einmal machen. Da ist alles schön frisch. Und danach ist das halt ausgelutscht und funktioniert nicht mehr so gut. Ja, ist richtig. Einer von deinen Filmen ist bestimmt Terminator, oder? Ja, genau. Der ist mir sofort eingefallen. Und kannst du dir vorstellen, was der zweite sein könnte? Auch so ein total berühmter. Ja, ich überlege gerade. Und auch James Cameron. Auch James Cameron? Also der zweite zumindest, der dann halt so super ist. Ich komme da gerade, glaube ich, nicht drauf. Alien. Alien und Aliens. Ach, Alien. Ah, ja, okay. Ja, da hast du recht, ja. Ich fand den zweiten nochmal deutlich besser als den ersten. Und ich finde Alien so ein bisschen mit ein bisschen mehr Action funktioniert für mich auch ganz gut. Gerade Richtung Alien 4 gedacht. Also das hat für mich auch super funktioniert. Ich habe Alien 4 mag ich sehr. Wie heißt der nochmal ganz? Äh, hieß der Wiedergeburt? Ah, ja. Wiedergeburt, genau. Ja, so heißt der ja offiziell, ne? Alien, die Wiedergeburt. Ja. Den fand ich zum Beispiel auch gut. Aber ja, ist richtig. Alien 1, kann mal gucken. Ist aber auch sowas langwieriges, ne? So, hm. Ist halt Geschmackssache. Ja, der ist halt ganz anders als der zweite. Ja. Du merkst da wirklich, dass da der eine will halt wirklich so ein Suspense-Film sein und der andere will ein Action-Film sein. Und die sind jeweils in dem, was sie sein wollen, auch sehr, sehr gut. Das ist richtig, ja. Also man kann beide und alle mit. Unabhängig voneinander gut angucken. Alle so auf ihre Art und Weise einfach, einfach gut. Ja. Gut Prometheus. Ja, weiß ich nicht. Wie findest du Prometheus? Ah, ich habe ein total gespaltenes Verhältnis zu dem Film. Weißt du, es gibt so Momente, da finde ich den irgendwie gut und da habe ich Lust auf den Film und dann gucke ich den auch. Das sind so gerade Wochenende abends, wenn es dunkel ist, draußen kalt und ich auch gerade mein Mikrowellenpopcorn da habe, was ich mir machen kann. Dann finde ich den Film irgendwie voll cool. Aber wenn ich mit einem anderen Mindset rangehe oder einer anderen Umgebung, so was weiß ich, werktags, abends, dann ist der mir irgendwie nix. Okay. Das ist auch nicht so komisch. Ich fand eigentlich die Idee hinter dem Film irgendwie doch ganz spannend, wenn sie es weitergesponnen hätten. Aber jetzt habe ich ja mitbekommen, dass die neuen Alien-Filme diesen Film schon wieder ignorieren. Genau. Hast du den Trailer eigentlich zu Alien Romulus, heißt der, glaube ich, gesehen? Ja, einmal, glaube ich, habe ich den bisher gesehen. Fand ihn ganz gut. Freue mich auch drauf, aber ich bleibe immer so ein bisschen skeptisch. Was ich gehört habe, ist, dass der ja auch so eine Direct-to-DVD beziehungsweise Direct-to-Stream-Variante sein soll. Oh, okay. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Meine Vorfreude sinkt ein bisschen. Weil der letzte Alien-Film hat ja total schlecht an den Kinokassen performt und die Marke ist halt noch groß und wichtig und so. Aber man will halt nicht nochmal so ein Desaster erleben. Genauso ja auch so Terminator, was wir vorhin auch hatten als Beispiel. Dark Fate, auch so eine Sache. Das ist halt so sehr gefloppt, dass die Produzenten sich natürlich denken, ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Ja, das ist schade. Aber bei Terminator auch echt schade. Ich fand die Filme nach zwei auch alle nicht mehr wirklich gut. Mir alle nicht so richtig gefallen. Aber so ist es halt manchmal. Kann ich immer klappen. Ich würde mal noch was anderes in den Ring werfen, wo man darüber streiten kann. Wobei es für mich eigentlich klar ist, ob das so Science-Fiction ist oder ob man da was anderes dazu sagen müsste. Wo auch der erste weitestgehend als der beste bezeichnet wird. Und ich persönlich aber den zweiten richtig gut finde. Und zwar ist das Jurassic Park. Ich habe gewusst, dass du das sagst. Oh, krass. Cool. Ich hätte es aussprechen sollen. Schade. Ja, Jurassic Park. Muss ich auch dran denken. Ich wollte dich jetzt gar nicht so ansprechen. Ist das Science-Fiction? Eigentlich schon. Ja, doch. In dem Wikipedia-Eintrag steht Science-Fiction. So als Hauptgenre. Wenn es auf Wikipedia steht, dann ist das auch so. Fertig. Natürlich. Ja, Jurassic Park ist halt ein Klassiker. Ich mag auch wirklich alle Teile durchweg. Auch die Jurassic World-Filme? Ja, ich mag die alle. Na gut. Geschmäcker können ja verschieden sein. Das war unser letzter Podcast. Nee, also ich mag bei den Hauptteilen auch 1, 2 und 3. Der Dreier, der ist ja ein bisschen untergegangen, obwohl der wieder Sam Neill hatte. Teil 1 und 2 sind halt einfach, die sind das Maß der Dinge. Das sind für mich so fast schon perfekte Filme, die ich immer wieder gucken kann. Ich weiß, dass auch die ihre Schwächen haben, aber ich kann darüber hinwegsehen, weil die mich einfach so gut unterhalten, weil die Musik so gut passt, wenn John Williams Soundtrack ertönt und wenn die Effekte zu sehen sind. Also beide Filme haben so herausragend gute Effekte. Immer noch. Die Hintergründe, wie das zu diesem CGI-Dino kamen, kennst du den Fakt? Wahrscheinlich, oder? Nee, überrasch mich mal. Boah, jetzt kann ich ja auch mal was hier. Ich habe mir eine Doku angeguckt, wie das zustande kam. Und ich schneide das mal grob an. Vielleicht finde ich die auch nochmal. Vielleicht können wir die irgendwie hier auch in die Beschreibung packen oder so. Die fand ich interessant. Also es war ja 1993. Jurassic Park stand an. Und die waren ja schon mitten am Drehen und Machen und Tun. Und damals war ja noch State of the Art, diese Stop-Motion-Technologie. Und die wollte man auch für Jurassic Park nutzen. Da hat man einen der führenden Stop-Motion, wie nennt man die? Künstler. Genau. Da hat man halt hergenommen und der sollte das halt ordentlich machen. Und da gab es einen, der hat mit dem Computer rum experimentiert und hat da eigentlich auch was ganz cooles hinbekommen. Diese Animation. Und der Verantwortliche, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, wer das war. Er wollte das nicht. Er hat gemeint, das wird eh nicht funktionieren und ist blöd und wollte er nicht. Die Studio-Verantwortlichen, die sind dann an einem Tag vorbeigekommen und wollten eben mal so Fortschritte sehen. Und der hat es dann so eingefädelt und hat es seinem Chef halt nicht gesagt. Der hat dann in den Raum die Animation von diesem Tyrannosaurus, also genau, das muss man dazu sagen, der Tyrannosaurus Rex war das, den hat er da animiert. Das hat er einfach auf seinem PC in Dauerschleife laufen lassen und hat das so eingefädelt, dass die Verantwortlichen in diesen Raum mussten und das zuallererst sehen. Und die waren halt so begeistert davon, dass die das dann haben wollten. Und so hat er das dann machen dürfen. Das ist ein cooler Fakt, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, und da kam auch später raus, dass es sogar viel cooler war, auch für die, da kommt auch am Anfang die Szene, wo diese Viecher rumrennen und wo die Kamera dann auch so wackelt. Das war ja ein völlig neuer Shot. Und dadurch, dass es CGI war, war das auch zum allerersten Mal möglich, dass so die Kamera auch ein bisschen dynamischer nach links und rechts und so bewegt werden konnte. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Diese ganze Szene wäre so gar nicht zustande gekommen. Krass, das ist cool. Ich weiß nur einen schönen, interessanten Fakt über Jurassic Park, das ja basiert auf einem Buch von Michael Crichton, habe ich auch gelesen. Also ich habe generell alles von Michael Crichton gelesen. Ich finde, der hat echt tolle Bücher geschrieben. Und der hat auch mit an dem Drehbuch halt geschrieben. Du hast das ja oftmals so, dass die Drehbücher dann von anderen Leuten stammen. Aber Michael Crichton hatte da ziemlich viel kreativen Einfluss. Und das hat dem Film, glaube ich, auch sehr gut getan. Ja, bestimmt. Das ist ja immer gut. Also wenn es Buchadaptionen sind, dass auch die Verantwortlichen damit an Bord sind, sage ich mal. Ja, leider ist er gestorben und konnte dann bei Jurassic World natürlich nicht mehr mitwirken. Deswegen finde ich auch, also wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern so grundsätzlich ist Jurassic World jetzt nicht so ganz meins. Also ich war auch zu, ich war zu allen drei Teilen im Kino, Jurassic World 1, 2 und 3. Und war beim ersten tatsächlich so begeistert, allerdings auf die gleiche Art und Weise, wie ich von Star Wars Episode 7 begeistert war. Du kommst aus dem Kino, alles total super, bist geflasht, tolle Effekte. Und dann denkst du irgendwann mal drüber nach und sagst dir, na, so gut, wie ich den fand, ist er eigentlich gar nicht. Und je öfter du den guckst, desto mehr erkennst du die Schwächen. Und den zweiten fand ich sogar schon im Kino schlecht. Oh, okay. Den dritten fand ich dann aber wieder besser. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt der erste sehr gut, der zweite ist okay und der dritte, den fand ich auch wieder besser. Wobei, beim dritten muss man echt sagen, die hätten schon noch ein bisschen mehr draus machen können. So diese Thematik, dass die Dinos jetzt auf der Welt rumlaufen. Ja, das... Hätte man deutlich mehr rausziehen können. Das war ja das, was man sich bei Teil 2 gedacht hat, also bei Jurassic Park 2, Vergessene Welt. Das Ende, wo der T-Rex dann quasi in der Stadt ankommt und du denkst dir, wie geil ist das? Also wie geil wäre ein Film, wo es genau darum geht, dass die halt in unserer Welt, dass halt Dinos einfach in eine Großstadt kommen und dort Unsinn treiben und so. Ja. Hätte man so viel, also in der freien Natur, sonst ist es ja immer der Dino Park, der Jurassic Park. Und wenn die halt da ausbrechen, das ist ja dann das, wo es richtig interessant wird. Ja, dann musst du Godzilla nochmal gucken. Hast du auch einen T-Rex in der Stadt? Ja. Ach, das ist übrigens einer der zwölf Filme, die ich gesehen habe am Wochenende. Godzilla X Kong. Ah, und wie ist er? Also, um Eigenwerbung zu machen, ich habe direkt bevor wir jetzt zur Podcast-Aufnahme gestartet sind, habe ich meine Review zu dem Film eingesprochen. Das wird so eine Doppel-Review. Godzilla X Kong und Ghostbusters, weil Ghostbusters war einer der anderen zwölf Filme. Okay. Also anderen elf Filme. Ja, und ich habe bei beiden Filmen dieselbe Erkenntnis gewonnen. Und ich spoilere dich jetzt mal, was mein Video angeht. Ja. Die Erkenntnis ist, Hollywood macht Filme für Zwölfjährige. Und dir gefallen nur Zwölfjährigen. Nicht elf, nicht dreizehnjährigen, nur Zwölfjährigen. Alles klar. Okay. Nee, der war okay. Also, ich war unterhalten. Alles gut. Der hat teilweise nette Effekte. Gerade die Godzilla-Effekte waren toll. Aber ich finde, er verdient seinen Namen nicht. Der heißt ja Godzilla X Kong. Und ich finde, er müsste King Kong heißen. Oder Godzilla gegen Skarkong, weil das ist der Bösewicht in dem Film. Und Godzilla hat eigentlich nur einen Cameo. Also Godzilla hat vielleicht so fünf Minuten Screentime im ganzen Film. Echt? Ja. Okay. Vielleicht auch sieben, aber es ist keine zweistellige Minutenanzahl, die Godzilla dort Screentime hat. Das finde ich jetzt aber traurig. Ja, fand ich halt auch, weil ich gucke einen Godzilla-Film wegen Godzilla und nicht. Ja. Weil die Menschen dort über die Hohlerde sprechen und dann entdecken, dass innerhalb der Hohlerde nochmal eine noch hohlere Erde ist. Passiert wirklich in dem Film, habe ich mir nicht ausgedacht. Echt? Mhm. Okay. So dumm eigentlich. Aber okay, ja. Aber zu Gott, das klang gerade so witzig. Aber gut, dass du das sagst. Und mich dahingehend zumindest schon mal Spoilers. Ich habe mir jetzt halt unter dem Godzilla-Film Godzilla vorgestellt, der da auch Godzilla-Dinge macht. Es gibt ein paar coole Shots. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt ein paar Shots mit Godzilla, die gehen ein paar Sekunden und die sehen super aus. Wirklich fantastisch. Aber die sind halt so kurz und so wenige. Ja, na gut. Das meiste sind halt wieder diese menschlichen Sachen. Und ich gucke halt so einen Monster-Kloppe-Film nicht wegen den Menschen. Ja genau, da geht man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein. Also wenn ich King Kong oder Godzilla mir anschaue. Okay, nehmen wir mal. Aber hier Minus One. Das ist ja ein Drama. Also da stelle ich mich dann auch auf ein Drama gerne ein. Aber ansonsten bin ich da bei dir. Ich möchte da einfach blöde Action haben. In Transformers will ich ja auch nicht sehen, wie sie die ganze Zeit nur über irgendwas quatschen. Ich würde mal aber gerne eine kleine Zeitreise machen ins Jahr 1989 und mal einen Film droppen. Und den hast du bestimmt auch gesehen. Ich bin gespannt, wie du reagierst. Bill und Tets verrückte Reise durch die Zeit. Also ich hätte ja mit Filmen gerechnet, aber mit dem echt nicht krass. Ja, den habe ich als Kind so gerne geguckt. Ich fand den damals lustig. Ich habe mir den, dann waren das vor ein, zwei, vielleicht auch schon drei Jahren nochmal angesehen. Und ja, sagen wir mal so, Humor verändert sich auch ein bisschen. Das stimmt. Und das ist denen ja auch zum Verhängnis geworden. Es gibt ja mittlerweile drei Filme davon. Also letztens ist ja quasi der dritte erschienen. Also letztes Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Ja, genau. Und der funktioniert nicht mehr. Ja, es geht nicht mehr. Aber ich fand ihn damals so toll. Ich weiß auch nicht. Ich fand ihn so witzig. Ich auch. Ja, du auch. Wollte ich gerade fragen. Okay. Genau. Also ich habe die beiden, die sind ja relativ kurz hintereinander entstanden. Und ich mochte die beide, weil ich wahrscheinlich auch im richtigen Alter war. Nämlich genau dieses zwölf Jahre alt wahrscheinlich. Also damals schon gestimmt. Und ich fand halt einfach Keanu Reeves und den anderen, dessen Name mir gar nicht einfällt, weil der im Gegensatz zu Keanu Reeves eben nicht krass berühmt geworden ist. Ich fand die halt voll cool. Das waren so die Vorbilder. Alex Winter. Ah, okay. Heißt der. Ja, also ja. Den wollte ich jetzt einfach mal droppen. Einfach mal so. Ich denke da oft daran, weil ich immer mal wieder dieses Meme sehe mit 69 Dudes. Oh, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Wenn die sich das angucken, dann 69. Nein. Ah, ja, okay. Genau, weil für infantile Personen ist die Zahl 69 ja was ganz Besonderes. Schreibt es mal in die Kommentare, was für euch die Zahl 69 bedeutet. Ja, genau. Schreibt es mal ruhig in die Kommentare und dann mal gucken, wie viele von den Kommentaren YouTube durchlässt und wie viele wir manuell freigeben müssen. Ja, muss alles mal ausprobiert haben. Aber über den kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Er ist halb albern und er ist in die Jahre gekommen und ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, da würde mich aber echt mal interessieren, so bei der Zuschauerschaft, weil ich glaube, wir haben, das ist ja nun mal so, jetzt auch nicht die jüngste Zuhörerschaft, sondern das sind auch Leute in unserem Alter, geringfügig jünger, teilweise älter. Habt ihr den Film gesehen, die Filme und wenn ja, was haltet ihr davon? Ja, würde mich auch interessieren. Ich würde einen gern noch, dann darfst du auch wieder, ich würde einen gern mal anreißen und jetzt oute ich mich. Ich gebe es jetzt einfach zu. 2001, Space Odyssey. Habe ich noch nie fertig geschaut. Oh, oh, oh. Ja, na gut, du hast recht mit einer zuvor getroffenen Aussage. Das war der letzte Podcast von uns beiden. Ich weiß nicht warum. Ich habe es, glaube ich, schon zwei, dreimal probiert, so in den letzten zehn Jahren, den nochmal mir anzutun, wollte ich gerade schon sagen. Ich finde den so langatmig und der holt mich irgendwie nicht ab. Ich habe da immer so ungefähr nach der Hälfte, glaube ich, es beendet. Ich denke, dass 2001, Space Odyssey ist so ähnlich wie ein Kernkraftwerk und zwar der spaltet. Ja, wahrscheinlich. Ich höre das nämlich ganz oft so von Leuten, die sagen, der wird so oft als ganz großer Film hingestellt und ich finde ihn super langweilig, kann dem nichts abgewinnen und andere sagen, das ist ein Meisterwerk. Und vor allem, was ja damals auch passiert ist, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, haben einige Leute halt ihr Physikstudium angefangen oder ja, Studium der Astronomie und so weiter oder Ingenieurswissenschaften aufgrund dieses Films. Ja, das verstehe ich ja auch. Ich finde ihn trotzdem langweilig. Sag mir doch mal, was, was findest du so toll an dem Film? Also wo holt er dich ab, so nach der Hälfte? Was, was ist so? Ich weiß, ich weiß ja auch gar nicht, was dann noch zum Schluss passiert. Ach so. Ist auch blöd jetzt, aber. Ach so, du kennst, ach krass, stimmt, ne eben, wenn du den nicht zu Ende geguckt hast, kennst du ja gar nicht die letzte halbe Stunde. Nein. Ist das wichtig? Jaja, die letzte halbe Stunde ist der absolute Mindplow. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht holt es dich auch nicht ab, weil wenn dich der bisherige Film nicht abholt, aber die letzte halbe Stunde, die ist so verrückt, du musst dir vorstellen, ich habe den Film gesehen und habe danach mir gedacht, was zur Hölle, also was soll mir das jetzt sagen und habe den Film nochmal gesehen, weil ich dachte, vielleicht musst du einfach den zweimal gucken, dann verstehst du es schon, aber nee, keine Chance, habe ich nicht verstanden und dann habe ich gesehen, dass es ein Buch zu dem Film gibt von Arthur C. Clarke und Arthur C. Clarke ist ja einer der größten Sci-Fi-Autoren und der hat ja auch das Drehbuch quasi mitgeschrieben, also gemeinsam mit Stanley Kubrick haben die halt diesen Film gemacht und dann hat er halt das Buch geschrieben und dann habe ich das Buch mir sofort geholt, habe es gelesen und dann habe ich endlich verstanden, worum es eigentlich in dem Film geht und was denn seine Aussage ist. Okay. Und die ist super. Das spricht jetzt aber auch nicht für den Film, dass man die Aussage dann zum Schluss nicht versteht. Ja, ja, das ist so ähnlich wie, also es ist ja typisch so Stanley Kubrick, auch bei Shining, Stephen King hat ja gesagt, du hast mein Buch halt ganz anders, halt eigentlich falsch umgesetzt, ich kann anerkennen, dass es ein guter Film ist, wenn es mein Buch nicht gäbe. Okay, ja gut, fair genug. Er macht halt so sein eigenes Ding oder hat sein eigenes Ding gemacht, ist ja auch schon mittlerweile tot, aber ich mag an 2001 Odyssee im Weltraum diese ganzen, ich habe halt im Hinterkopf, der ist 1968 entstanden und sieht so fantastisch aus, diese ganzen Weltraumbilder. Du als Star Trek Fan, dir wird vielleicht manches bekannt vorkommen, weil in Star Trek The Motion Picture, der ja zehn Jahre jünger ist, war der gleiche Effektkünstler und der hat halt so diese Machart, dass der Weltraumanomalien mit Flüssigkeiten darstellt. Ja, das ist richtig. Die Machart, da hast du völlig recht, die hat mich sehr an den ersten Star Trek Film erinnert, das ist korrekt. Und den fandest du bestimmt auch stellenweise ein bisschen gezogen. Ja. Den gucke ich, den schaue ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal in der Directors Edition an, den Star Trek Film. Da mag ich halt gerade, ja, das ist halt Star Trek, da sehe ich das alles nochmal so ein bisschen mit anderen Augen als Fan. Aber gut, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann nochmal, mir den anzusehen. Vielleicht gucke ich mir einfach die letzte halbe Stunde an. Mal gucken. Da würde mich echt interessieren, was du dazu sagst, ob du da eine Interpretation hast, was das bedeutet. Ja. Schreib es mit auf die Liste. Genau, ja, meine imaginäre Liste, die ich dir auf jeden Fall zusende. Genau. Ja, krass. Okay, da hast du ein verrücktes Geständnis gemacht. Kann ich ein Geständnis machen? Ja, ich mache auch ein Geständnis. Cool. Einer der Filme passt, den ich auf meine Liste habe. Ja. Und zwar, ich mag einen Film absolut nicht. Ich habe das schon mal in einem Video bei mir gesagt, aber die Zuhörer wissen es vielleicht noch nicht. Ganz viele Leute mögen ja Pacific Rim und der ist ja Guillermo del Toros, Action, Bombast, Hollywood, Blockbuster, Popcornmeisterwerk und ich kann dem so gar nichts abgewinnen. Ich mag den absolut nicht. Und ich hatte, ja, einmal im Jahr hat man ja Geburtstag und ich hatte auch mal Geburtstag letztens. Und da hat ein Kumpel, mein bester Freund, hat mir ein Geschenk gemacht, meine so, das ist was für dich, weil wir haben diesen ewigen Streit, der liebt Pacific Rim und kann einfach nicht verstehen, warum ich den nicht mag. Ja. Und natürlich hat er mir eine Pacific Rim DVD zum Geburtstag geschenkt und meinte, wenn ich dich das nächste Mal besuche, gucken wir den. Eine DVD? Ja, ja, ganz oldschool. Wir sind alt. Nicht mal eine Blu-Ray. Nee, 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 so viel war ich ihm dann nicht wert. Schöner Freund. Ja, Pacific Rim ist halt absolutes Popcornkino. Den guckt man sich halt an und macht das Hirn aus. Ich finde die Effekte und so, die finde ich eigentlich ganz cool. Ja, die finde ich auch cool. Ja, zur Story gibt es auch nicht viel, also jetzt nicht viel Interessantes zu sagen. Es blubbert halt, wo er sich hin. Es ist halt ein Effektfilm, ganz klares Popcornkino. Ich mochte halt auch nicht so dieses Zwischenmenschliche, dass da gesagt wird, ja, und wir beiden Steuerer, wir müssen da halt connecten und so. Und ich fand halt die ganze Grundidee einfach so absurd. Wie fandest du das jetzt absurd? Naja, also ich, dass die connecten müssen, um synchron agieren zu können, ja, ist okay. Aber dass man halt wirklich sowas konstruiert, um zu kämpfen, was halt auch so ungelenk ist, weil ich glaube, der menschliche Körper ist halt so zum, warum muss das, ach, ich, weißt du, warum ist das dem nachempfunden, warum ist das nicht ein großes Kampfflugzeug? So viel habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weißt du, das ist so ein Film, da denke ich über sowas gar nicht nach. Finde ich interessant. Wenn ich mir jetzt so viele Gedanken, glaube ich, zu dem Film mache, dann gefällt er mir auch nicht mehr. Deshalb mache ich das erst gar nicht. Ja, so wahrscheinlich besser, ja, dann hast du recht. Aber wollen wir in was einsteigen, was dir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen hat? Ja, gerne. Ich war damals, da war ich auch noch recht jung, aber da war ich auch schon sogar im Kino und habe einen Film gesehen, der mich absolut geflasht hat und den ich bis heute sehr, sehr, sehr mag. Mal gucken, ob du den errätst. Ich mache einfach mal hier, Jude Law spielt mit und Yuma Thurman und er ist von 97. Ach, dann ist das Geteca? Ja, das klingt aber schnell. Geteca, der hat mich abgeholt und den liebe ich bis heute. Ich weiß nicht, warum. Den stelle ich so auf eine Ebene mit Equilibrium. Das sind so zwei Filme, die, das sind einfach so, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Die kann ich immer gucken, die finde ich immer gut. Die haben so was Eigenwilliges. Also sind ja eigentlich durchaus schon Mainstream-Filme, aber sie haben so, ich weiß nicht, die sind so ganz eigen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ja, das finde ich auch. Die haben halt so eine interessante psychologische Komponente. Du kannst dich irgendwie mit den Menschen, die darin vorkommen, so identifizieren und mit dem Dilemma identifizieren. Ja, also für die Zuhörer vielleicht ganz kurz nochmal, Geteca ist vielleicht nicht ganz so bekannt. In dem Film geht es um Genmanipulation beziehungsweise darum, dass Menschen genmanipuliert werden, sodass sie fitter sind, intelligenter und dann auch im Beruf eben bessere Chancen haben und so weiter. Und in dem Film ist es eben schon so weit, dass die meisten genmanipuliert sind und die Kinder, die nicht manipuliert wurden, also die man nicht genbehandelt hat, die haben halt geringere Chancen auf einen guten Job oder sonstige. Die sind gesellschaftlich eben nicht mehr so hoch angesehen. Das geht ja so weit in dem Film, dass wenn du jemanden kennenlernst, dann nimm dir ja so ein Haar und lassen das erstmal resequentieren, um zu gucken, ob der dann auch kompatibel mit dir ist, ob er fit ist, ob er irgendwelche Krankheiten hat und so weiter. Und da gibt es halt eine Person, die ist eben nicht genmanipuliert und möchte aber ins Weltall. Und da gibt es dann Jude Law später noch den anderen, der eigentlich genbehandelt ist, aber querschnittsgelähmt, glaube ich, ist er. Und dann tauschen die die Rollen. Und dann muss ich eben der nicht genbehandelte Mensch da in diesem Unternehmen beweisen. Und dieser Plot, den finde ich auch heute noch super interessant. Genau, der ist auch immer noch aktuell. Ich finde, dass der Film sehr gut gealtet ist. Den kannst du dir heute noch sehr gut anschauen. Den kannst du heute noch Leuten empfehlen, die, sagen wir mal, jung sind und halt in Sci-Fi irgendwie einsteigen wollen und mal auch so einen tiefgründigen Blockbuster sehen wollen. Denn ich glaube, schon allein durch Jude Law und so weiter erfüllt er schon so die Definition eines Blockbusters. Der hatte damals auch ganz viel Werbung. Ich erinnere mich noch daran, dass im TV, als diese erste TV-Ausstrahlung kam, weil ich habe den auch erst im TV dann gesehen, sehr, sehr groß beworben worden ist von dem Sender. Dass das halt so ein typischer ProSieben-Freitagabend-Film war oder Samstagabend-Film. Und ich mag auch den anderen, den du genannt hast, Equilibrium. Und da ging es ja, glaube ich, darum, dass die Gefühle quasi eingeschränkt werden durch die Regierung. Genau, die werden unterdrückt, damit die Menschen keine Kriege mehr führen. Das ist so die Basis. Und das geht ja so weit, dass die nicht nur die Gefühle unterdrücken möchten der Menschen, sondern eben auch alles, was Gefühle auslösen kann. Also sämtliche Kunst, Musik, alles, was Spaß macht, wird ja alles vernichtet. Und er ist auch super spannend, der Film. Ja, da hast du zwei echt coole Filme genannt. Ich finde generell, dass die 90er so ein paar Science-Fiction-Filme hatten, die heute noch gut klappen, die teilweise wegweisend waren. Manche sind vielleicht nicht ganz so gut gealtert, aber mir fällt da zum Beispiel noch ein, sowas wie Dark City, Der dunkle Schirm und all diese Dinge. Ja, es gab eine ganze Menge Filme da. Ja, wo ich halt wirklich raus bin, ist so, 80er gibt es noch so einige Filme, die ich kenne, so im Science-Fiction-Bereich. 70er ist dann irgendwie schon, da bin ich schon wieder weg. Das ist mit zu weit in der Vergangenheit schon wieder. Da bist du zu jung. Ja, bin ich schlichtweg zu jung, diesmal. 90er bin ich, ja, da gab es halt einfach so ein paar Filme, die ich halt einfach mag. Aber das war jetzt, glaube ich, sogar schon meine Liebsten. Natürlich gibt es ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, so die ganz großen, diese Star-Wars-Franchise. Wir haben ja auch schon mal kurz über Man in Black und so geredet, das ist klar. Independence Day und so. Genau, oder Zurück in die Zukunft, Matrix. Ja, das sind ja die üblichen Verdächtigen. Genau, die würde ja jeder nennen, aber wir wollen ja total überraschend sein, deshalb nennen wir die nicht. Ich würde vielleicht noch einen Film nennen, den ich gar nicht mal so gut fand, der aber irgendwie auch sehr gut angekommen ist. Und witzigerweise mit meinem besten Kumpel, der findet den auch total super. Wir waren damals 2014 zusammen im Kino, das ist ein Tom Cruise-Film. Er wird total weggeblasen und ich habe gesagt, naja, da habe ich aber schon bessere Zeitschleifenfilme gesehen. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, ja. Ja, den habe ich einmal geguckt und dann, ich kann mich gar nicht mehr richtig an den erinnern. Um was ging es denn da nochmal? Da ging es darum, und ich erzähle es jetzt bestimmt falsch, aber ich erzähle es jetzt so, wie es mir im Gedächtnis geblieben ist. Und der ist irgendwie ein Soldat und wird ausgebildet, halt verdammt gut zu kämpfen und macht deswegen immer wieder halt so eine Kampfsimulation. Und wenn der stirbt, fängt er halt wieder von vorne an. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe den gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, muss man auch nicht. Okay, ja, nee, dann war er für mich wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn ich mich da so schlecht dran erinnere. Ja, ich würde ihn noch gar nicht bashen, weil ich glaube, es gibt echt viele, die den Film mögen und die da wahrscheinlich auch so die Stärken erkennen, aber ich habe die Stärken einfach nicht erkannt. Ich habe wahrscheinlich einfach was anderes erwartet, weil ich bin ja generell so ein riesen Zeitschleifen-Film-Fan. Ja. Und der war dann irgendwie nicht so genial, nicht so, war halt wie bei Pacific Rim halt, wenn ich so drüber nachgedacht habe, und das habe ich damals, glaube ich, dann war der irgendwie nicht so intelligent. Ja, das, vielleicht war es so. Ich erinnere mich nicht mehr. Oder was auch noch so ein Film ist, der so, glaube ich, in Vergessenheit geraten ist, auch so ein ziemlich hochbudgetierter Film, der damals in den Kinos lief und ich glaube auch so die Definition des Sci-Fi erfüllt und der mir nicht ganz so gut gefallen hat, das war In Time, Deine Zeit läuft ab. In Time, In Time, In Time, war das, Moment, das war aber nicht der, wo man am Arm dann das? Doch, genau der. Ja, ah ja. Ja, da fand ich die Idee gut. Ah ja. Genau, das war ja, du kannst ja Zeit erkaufen, also du lebst ewig, wenn du dir das leisten kannst, so quasi. Ja, ich fand die Idee, die Grundidee fand ich mega gut, aber der Film war gerade, glaube ich, hinten raus, ich erinnere mich auch nur noch dunkel dran, also so hinten raus, so ab der Hälfte, haben ja generell viele Filme, also finde ich, die immer interessant und gut anfangen, auch einen tollen Plot eigentlich haben, aber so ab der Hälfte brutal schwächeln. Und das ist auch wieder so ein Film, der mir so in Erinnerung geblieben ist, der eine gute Idee hat, aber dann schwächelt. Ja, das ist, wenn sich die Filme halt auf ihren Plot, also auf ihre Grundidee verlassen und dann aber nicht noch irgendwas anderes Tolles einbauen. Ja, genau. Das liest man ja dann auch manchmal in den Kritiken, dass halt eine gute Idee alleine macht halt noch keinen guten Film. Das ist richtig und das hat man leider oft, das ärgert mich auch mal so ein bisschen. Ja, weil das verschenkt das Potenzial ist, du siehst halt, also du hast den Gedanken halt, diesen besseren Film, den es eigentlich geben könnte. Ja, genau. Und dann ist halt die Idee verschenkt, weil die ist halt jetzt erzählt und wenn du halt, wenn ein anderer Filmemacher halt die gleiche Idee aufgreift, dann heißt es immer, naja, das ist ja ein Rip of Fun. Ja, aber wenn das besser macht, dann macht das halt besser. Genau, und das wäre sehr wünschenswert, zum Beispiel bei In Time. Genau, bin ich absolut bei dir. Ja, es gibt so viele Filme eigentlich noch. Ich habe jetzt noch eigentlich brutal viele im Kopf. Das ist voll schlimm. Vielleicht, ja, müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen irgendwann, so dieses Thema generell über Filme reden, die uns so einfallen, weil das ist ja wirklich, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt und sich auch mal Listen anschaut, was gibt es denn so für Sci-Fi-Blockbuster und so über die letzten drei Jahrzehnte geht, das ist echt viel. Das ist wahr. Gefällt dir, also magst du Sunshine? Kennst du den Film? Den kenne ich ja. Das ist ja, glaube ich, würde man auch Blockbuster, also Sci-Fi-Blockbuster dazu sagen. Ja, Sunshine, das war, war das, okay, das muss ich auch wieder fragen, war das das mit dem, wo die mit dem Raumschiff zur Sonne fliegen und wo es dann Probleme gibt mit der Abschirmung und so, ne? Ganz genau. Ja, ja, den finde ich solide. Ja, ich mag den sehr. Ich mag irgendwie alles von Danny Boyle. Das ist so ein toller Regisseur mit einem guten Gespür für fantastische Bilder. Ja, der sieht auch gut aus, das ist richtig. Danny Boyle oder der Film? Der Film. Ne, das sind halt so Filme, die ist halt jetzt nicht so Action geladen im Sinne von Piu-Piu, ja, wird irgendwas abgeschossen. Aber das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, der Film, den fängst du an zu schauen und schaust ihn bis zum Schluss mit einem angenehmen Gefühl. Du wirst permanent unterhalten. Das war eins dieser Filme, wo ich das auch so empfinde. Ja. Ohne gestresst zu werden. Viele prangern das Ende an, dass das nicht so gelungen ist. Ich mag den Film von vorne bis hinten, alles super. Und weil ich ja jetzt im Kino auch den Trailer dazu gesehen habe, frage ich dich einfach mal, Thema Planet der Affen. Dürfte wohl auch in unsere heutige Kategorie fallen. Ja, das ist auch eigentlich ein fettes Thema, ne? Planet der Affen. Also fangen wir mal so an. Auch das war so eins dieser Filmreihen, auf die ich mich als Kind immer mega im Fernsehen gefreut habe, ja. Also nochmal zur Erinnerung. Früher war das so, man hatte kein Netflix und kein YouTube. Man musste auf Filme warten, wenn sie im Fernsehen laufen, wenn man nicht gerade zur Videothek rennt, was die Eltern nie wollten, weil es Geld kostet. Also kam irgendwann immer mal wieder Planet der Affen, 1, 2, 3. Und das habe ich immer sehr gerne geschaut. Und da habe ich mich dann auch gefreut, als es dann hieß, es war ja ein Reboot. Und den ersten Film fand ich auch richtig cool. Jetzt muss ich gerade überlegen, es gab jetzt noch zwei weitere, richtig? Genau, es gab Revolution, Revolution. Und dann finde ich es so schade, dass sie das nicht weiter fortgeführt haben, weil das wäre doch das perfekte Wurtspiel gewesen, den dritten dann Evolution zu nennen. Ja, richtig. Stattdessen haben die den halt anders genannt. Warum? Warum so eine vertanene Chance? Ich weiß es nicht. Ich fand halt zugegeben, also hier bei dem Reboot fand ich den zweiten und dritten, ich finde die nicht so doll. Die sind halt ja auch ganz anders als Revolution. Ja. Und wirst du den vierten gucken, weil es wird ja jetzt ein neuer kommen. Von dem kam ja jetzt auch der Trailer, als ich im Kino war. Den fand ich jetzt tatsächlich im Trailer schon wieder interessanter. Da habe ich auch schon wieder Bock drauf. Im Kino wahrscheinlich nicht, aber dann im Home Cinema werde ich mir den auf jeden Fall geben. Ja, also wie gesagt, als Kind schon Fan von gewesen. Der erste Teil des Reboots finde ich super. Und dann ja mal wieder leider so ein bisschen abgeflacht. Aber ich mag die Idee. Ich finde es ganz nett. Und ich erinnere mich halt immer noch an die ikonische Szene. War dann im dritten, oder? Mit der Freiheitsstatue. Ich dachte, das wäre schon im ersten gewesen. Kommt das nicht erst viel später? Ich kann mich auch täuschen, ne? Ich weiß das nicht. Wir erzählen jetzt einfach mal frei heraus, was wir denken, auch wenn es total falsch ist. Aber ich glaube, das war die letzte Szene halt im ersten Teil. Das kann natürlich auch sein. Aber die ist mir in Erinnerung geblieben. Weil wenn du, klar, wenn du damals den Film zum ersten Mal siehst und dann kommt diese Szene da zum Schluss, das war schon cool. Das hat so eine ähnliche Qualität wie Staffel 1 Westworld. Ja, ohne Witz. Also das fand ich auch richtig beeindruckend. Und der Film, ich habe mir die alten Teile schon lange nicht mehr angesehen. Habe mir aber vor kurzem mal ein Review. Bei wem war denn das? Moviepilot? Ich glaube, beim Moviepilot habe ich mir da mal ein Review angesehen. Und der hat ja auch ganz viele Punkte genannt oder auch so ein bisschen erklärt, warum der Film so brillant ist. Muss man sich unbedingt mal, müsst ihr euch mal anschauen, wenn euch der Film generell interessiert oder die alten Filme. Gerne auch mal das Review von Moviepilot angucken. Er hat da ein paar interessante Punkte genannt. Ja, der macht ja immer mal sowas, dass er sich halt, das ist ja so eine fortlaufende Reihe, dass er halt Filme nochmal rewatcht und dann bewertet. Und das ist ganz interessant. Also ich gucke den ja ohnehin gern, den Yves. Ja, das ist echt, ich finde den cool. Ich mag das immer. Man kommt ja auch so locker flockig immer da reingestiefelt. Hallo, liebe Moviepiloten. Shoutout an dich. Gute Laune. Shoutout daraus. Genau, wenn du uns hörst. Ja, was ich sagen wollte, ich glaube, dass deine Meinung... Anders ist als die der meisten. Ich denke, dass die meisten sagen, dass Revolution und wie ich ihn nenne Evolution, die Guten sind und dass Prevolution noch der nicht ganz so Gute ist. Ich glaube, das ist so die mehrheitliche Meinung. Ja, die Meinung der anderen ist halt falsch. Ach so, ja, stimmt. Meines ist halt richtig... Nee, kann ja auch sein. Je nach Geschmack, wie man das so empfindet, ist halt bei mir so hängen geblieben. Und wie ist dein Geschmack zu dem Remake von Tim Burton mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, der der 2001 rauskam? Habe ich den überhaupt gesehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Mark Wahlberg in Planet der Affen. Und der Film wurde echt verrissen. Der hat keine guten Kritiken bekommen und der gute Dominion... Ich hatte ja letztes Mal ein Video gemacht, da kam der Film vor und da hat Dominion geschrieben, dass der den Film überhaupt nicht mochte. Und das geht, glaube ich, vielen so. Jetzt gucke ich mir gerade mal kurz Screenshots an, damit ich das einordnen kann. Und ich würde mal behaupten, den habe ich nicht gesehen. Also wirklich, vielleicht habe ich... Okay, kann natürlich sein, der lief mal irgendwo und ich habe ihn mir angeguckt und halt wieder vergessen. Will ich jetzt nicht unbedingt bestreiten, aber... Es ist merkwürdig. Ich würde sagen, das ist sogar einer von Tim Burtons schlechtesten Filmen. Und das heißt aber halt... Also Tim Burton macht halt ja fast nur grandiose, tolle Filme. Ist ja ein super Regisseur. Eigentlich schon, ja. Aber auch der kann halt mal daneben liegen. Ja, das darf er ja auch. Er macht sonst auch großartige Filme. Ja. Bei Tim Burton muss ich immer an Nightmare Before Christmas sofort denken. Ich weiß nicht, warum. Ja, und das, obwohl er den ja gar nicht inszeniert hat. Ja, ich weiß. Aber ich habe die Geschichte zu dem Film halt mir halt auch so eine Doku angesehen, wie der entstanden ist. Und das finde ich so beeindruckend, ne? Das ist jetzt kein richtiges Sci-Fi. Entschuldigung, aber das ist halt richtige Kunst. Auf jeden Fall. Die haben ja irgendwie pro Filmminute, haben die ja mehrere Wochen an Animationsarbeit reingesteckt. Ja, Wahnsinn. Und dann ist es auch witzig, dass der Film erst gar nicht so gut ankam. Dass es erst viel später kam, dass er so einen Pfad aufgenommen hat. Das ist ja noch beeindruckender irgendwie. So wie Blade Runner, der ja auch erst überhaupt nicht so gut ankam und Verlust gemacht hat im Kino. Und jetzt ist das der absolute Kultfilm. Ja, der ist aber auch cool. Oh ja, Blade Runner. Ja, den dürfen wir jetzt gar nicht erwähnen, weil der muss irgendwann mal eine eigene Folge bekommen. Unbedingt. Da müssen wir aber auch nochmal angucken. Beide. Ja, ich mag auch tatsächlich beide. Ja, finde die Neuinszenierung auch gelungen. Also gefällt mir gut. Bist du eigentlich bereit, noch ein schnelles, und ich garantiere dir, der wird einfach zu erraten sein, Filmquiz zu machen? Oh Gott. Ja, natürlich. Das ist schön. Ich habe nämlich schon einen. Soll ich jetzt einfach wieder Fragen stellen? Mhm. Dann, okay. Die erste Frage ist immer die wichtigste. Handelt es sich um einen Science-Fiction-Film? Ja, tatsächlich. Verblüffenderweise schon. Mensch, als ob ich es gewusst hätte. Ist es ein tendenziell, also ist es eher ein alter Film? Ja. Okay. Erstmal die Normalo-Fragen. Spielt der Film im Weltall? Nein. Spielt der Film auf der Erde? Ja. Die Hauptrolle, der Protagonist ist weiblich. Nein. Der Protagonist ist männlich. Ich würde sagen ja, aber halt so diesen einzelnen Protagonisten gibt es da gar nicht. Den gibt es da gar nicht? Also es gibt schon Protagonisten, vollkommen klar, aber nicht so diesen einzelnen Helden. Oh. Ist das ein Superhelden-Film? Nein. Verdammt. Wobei, für mich sind das Superhelden, aber es sind eigentlich nein. Eigentlich nein. Aber für mich schon. Okay. Aber bin ich jetzt schon wieder verwirrt, ne? Weißt du das? Bin ich jetzt schon wieder verwirrt? Gibt mir, okay. Der Film spielt in naher Zukunft? Nein. Der Film spielt in weiter Zukunft? Nein. Der Film spielt in der Gegenwart? Genau. Hat in der Gegenwart, als der gedreht wurde. Ja. Okay. Mehrere Superhelden-Gegenwart-Zeit. Oh, ich, ich, ich. Oh doch, ich gebe mal gleich einen ersten Predikt ab. Ghostbusters. Ah, cool, ja. Nicht schlecht. Ich wusste, dass du das so fuchst. Also, dass du das sehr schnell rätst. Ja, wegen Helden, aber sind keine, da kam mir das jetzt doch. Und weil ich halt auch, das war einer der Filme, die ich halt am Wochenende im Kino gesehen habe. Also, der neue Ghostbusters, jetzt Frozen Empire. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Und da ist mir aufgefallen, ich habe quasi zwei Filme mit Empire im Namen gesehen. Also, Godzilla X-Kong hat ja den Untertitel New Empire und Ghostbusters hat den Untertitel Frozen Empire und die sind nahezu gleichzeitig rausgekommen. Das ist auch schon wieder so ein Zufall. Ja. Das sind ja eh schon alle Namen weg. Es gab ja alle Namen schon mal irgendwie gefühlt. Ja. Ach, Mann. Das ist auch, ich hatte so schon als Jugendlicher, wenn ich so mit Kumpels über Filme gesprochen habe, da hatten wir mal so die, die These aufgestellt. Zweite Teile haben so gut wie immer im Namen irgendwie die Rückkehr. Ja, und dritte Teile haben entweder Zero oder Forever oder sowas. Ja. Ich glaube, heute sind es andere Begriffe. Sowas wie, ja, heute ist es so ein bisschen ausgefallen, oder? Wie so Extinction oder Legacy. Revolution. Ja, sowas in die Richtung. Ja. Aber es gibt dann halt immer so, du hast den Hauptnamen und dann halt so einen fancy Untertitel. Aber du hast nicht sowas wie Highlander, Highlander 2, Highlander 3. Ja, obwohl ich eigentlich, ich mag eigentlich die Zahlen so. Ich finde es ja gar nicht so schlimm. Oder halt hier Rambo, Rambo 2, 3, 4 und dann John Rambo. Ja, also, ja, oder Rocky war ja, war ja auch einfach aufgeteilt. Ja, Rambo 4 gibt es natürlich nicht, das, äh, John Rambo ist ja Rambo 4. Ja, Rocky 1, 2. Ja, genau, Rocky, auch so ein Beispiel. Also ist doch gar nicht schlimm. Macht es euch mal wieder ein bisschen einfacher da draußen, vor allem auch uns, dass wir uns nicht ständig irgendwelche komischen Namen dazu merken müssen. Ja, das ist kompliziert. Ja, da kommst du nämlich voll durcheinander. Das ist furchtbar, ja. Ah, aber die Zeit ist schon wieder um. Ja, das ging wie immer sehr schnell. Wahnsinn. Irgendwelche letzten Worte? Ja, ich glaube, ich habe heute viel Unsinn geredet. Bitte seht mir nach. Es ist, wenn wir das hier aufnehmen, sehr spät und wir haben beide einen harten Arbeitstag hinter uns. Normalerweise nehmen wir an einem Wochenende auf. Heute ist ein Werktag und ich spüre einen echt heftigen Unterschied, ob wir am Wochenende oder an einem Werktag aufnehmen. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns hier zusammensetzen, wir recherchieren nicht alles penibel durch. Wir quatschen halt einfach miteinander und wenn wir da irgendwie Wissen aus unseren hintersten Ecken des Gehirns rauskramen, dann stimmt halt auch nicht immer alles. Müsst ihr uns nachsehen. Wir machen das eigentlich, machen wir es ja extra, damit ihr dann in die Kommentare schreiben könnt und das so richtig stellen dürft. Genau. Jeder Fehler, der in der Folge enthalten ist, ist sozusagen ein kleiner, ja so ein Easter Egg, was es zu entdecken gilt. Sehr gut verkauft. Dann wünsche ich allen da draußen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.